Und dann Moinsen zu diesem Video vor dem Hoffenheim-Spiel am Samstag und nach dem Union-Spiel am vergangenen Samstag. Gehen wir kurz auf das Spiel nochmal ein. 0-3 bei Union Berlin gewonnen. Wäre das nicht ausführlich oder so, oder halt nicht in seinem Spiel geschehen, weil haben wir gemacht im Stream zusammen. Wir haben auch immer da am Ende von Stream-Highlights das Spiel-Fazit direkt nach Apfel mit drin. Also gerne auch wie immer hier der Appell, das gerne angucken, wenn ihr danach aus seid. Hier ein bisschen Fakten, aber auch ein bisschen Spielgeschehen natürlich. Nummer 1 ist halt wie eigentlich jetzt die letzten Wochen ständig. Wir leben in einer absoluten Simulation, also in einer positiven Simulation. 3-0 bei Union gewonnen. Letztes Mal bei Union gab es auch ein 3-0, haben aber 3-0 verloren. Das war Sabadier, außerdem war der Kollege weg. Und das ist wieder ein Spiel, verdient, abgeklärt, selbstbewusst hoch 10. Das vor allem in diesem Spiel sehr gemerkt. Präzise, eiskalt so und hat eben auch die Qualität in unserer Kaderbreite mal ganz deutlich gezeigt. Ito nur auf der Bank gewesen. Dann macht das halt ein Mittelstädt. Gar keinen Stress. Der kam ja auch ohne große Vorschusslorbeeren, sag ich mal. Und für eine ziemlich geringe Ablösung macht seinen Job da top. Ob Startelf, ob Einwechslung, immer top motiviert der Mann. Wagnermanns Verletzung zieht sich ewig. Kam auch jetzt wieder neue News dazu raus. Ja, auch egal. Der macht es halt ein Stänzer, der es bisher stark gemacht hat. Oh, jetzt eben halt ein Roro, der in Postnummer noch hat. Und bei Union auch Bock stark spielt. Und auch der, wie auch ein Stiller und wie auch jeder andere Neuzugang eigentlich, sich sofort eingefunden hat. Der hat auch null Anlaufzeit gebraucht, der Roro. Das ist unglaublich. Gerasi, auch verletzt runter. Klar, das tut weh. Aber gut, dann trifft dann halt ein Dennis Undaf. Auch da wird er getan. Und auch der, da der auch sogar noch eine bessere Torquote als Gerasi und nach den Minuten geht. Auch generell insgesamt Torbeteiligung. Alle halbe Stunde quasi, alle 33 Minuten hat eine Torbeteiligung. Bisher drei Tore, ein Assist in 133 Minuten. Also runtergebrochen 33 pro Torbeteiligung. Das ist unglaublich. Und eben auch Thema Selbstsicherheit, Thema Selbstbewusstsein. Jemand, den auch ich hier öfter mal, in Anführungszeichen, übertrieben gesagt, durchs Dorf getrieben habe für seinen Abschluss. Silas. Das 2-0, das machten Silas nur oder hat es nur gemacht in Phasen bisher, in denen er vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat. Und dann es lief für den VfB. Diese kurze Finte, dieser kurze Fake-Shot quasi, bevor er ihn reingehauen hat gegen Renaud. Absolute Weltklasse. Im Vollsprint, diese kurze Bewegung, kurze Finte reingemacht. Das ist Selbstsicherheit pur, auch nach Einwechslung bei ihm. Und auch untervor natürlich auch nach Einwechslung. Also auch da läuft es halt einfach. Da Tönig ist auch ein absolutes Händchen. Hat die beste Quote, was es angeht, in Sachen, ja, goldenes Händchen zu beweisen. 10 Torbeteiligungen eingewechselt bisher. Das ist absolut brutal. Und das ganze Team funktioniert einfach so. Es ist nicht die Gerasie-Show, sondern die Gerasie-Show ist ein Zusatz dazu, dass es sowieso schon krass läuft im gesamten Teamgefüge. Und das ist einfach absolut wunderschön. Ich finde auch, dass man irgendwie gefühlt von Spiel zu Spiel weniger drauf klarkommt, so in dem Sinne. Immer pro Tor, ob ich jetzt im Stadion bin, ob ich jetzt vor dem Fernseher sitze, im Stream, pro Tor, pro Sieg, ist immer so ein Gefühl von Ungläubigkeit mit dabei. Aber eben im positiven Sinne. Wir saßen oft schon da und waren ratlos, so wie Sondi, die jemals noch irgendwie ein Tor schießen oder irgendwo noch einen Punkt holen, in Sachen Abstiegskampf. Aber jetzt einfach im positiven Sinne so nicht drauf klarkommen, was hier gerade abgeht. Positiv, Euphorie und so weiter. Ich meine, wir chillen jetzt hier gerade bei sechs Siegen am Stück in der Bundesliga. Das ist der komplette Wahnsinn. Dann gleiten wir auch direkt drüber in ein paar weitere Daten. Nübel, die meisten weißen Westen geteilt auf Nummer eins. Vier aus acht Spiele zu null gemacht. Es gibt zwölf Spieler, weil der wird auch immer natürlich, also mittlerweile wird er oft angesprochen, aber früher nicht so oft. Ist auch schon in den letzten Jahren Dauerbrenner, weil der mal Anton, er ist einer von nur zwölf Feldspielern in der gesamten Bundesliga, noch keine Minute verpasst haben. Jetzt haben wir halt wirklich 16 Punkte ab, schon auf Platz 15. Das ist auch, habe ich auch schon im Vorbericht gesagt, so ein bisschen was Privates bei mir. Eine private Fede im Kopf quasi mit den Union. Union aktuell auf Platz 15 ist auch einfach Things you love to see. Der beste VfB-Start in der Bundesliga-Saison, wussten wir schon, ist jetzt in dem Sinn nichts Neues, aber wir bauen es halt noch weiter aus. Generell, es ist auch der fünftbeste Bundesliga-Start von einer Mannschaft insgesamt. Bundesliga-Historie, der fünftbeste Saisonstart in der Bundesliga-Mannschaft. Unglaublich und auch hier nochmal anzusprechen, Sebastian Hoeneß reitet hier, seitdem er hier ist bei uns, ich glaube die Statistik ist sogar wettbewerbsübergreifend, reitet der einen Punkteschnitt von 2,19. Das ist der komplette Vollwahnsinn. Wir haben jetzt mehr Punkte als letzte Saison nach 26 Spieltagen. Wir haben jetzt schon gleich viele Siege, sieben Stück, wie in der kompletten letzten Saison insgesamt. Das ist komplett verrückt, was alles passiert. Das letzte Mal diese Sechs-Siege am Stück gab es 2009, 2010, ich glaube früher 2010 müsste das gewesen sein. Das letzte Mal acht Stück am Stück, also der Bestwert bei uns in der Vereinshistorie in der Bundesliga, war in der Meisterschaftssaison. 06, 07, dieser krasse Endspurt, um noch Meister zu werden eben. Und solche Daten, wie es gerade vorgebracht hat, auch natürlich wie immer hier der Aufruf für euch. Portkantstadt, gerne reinhören, kam auch heute schon online, 16 Uhr. Da habe ich eben auch meine Daten einspielen mit auch solchen Daten, aber auch noch mehr Daten zu Union und zu Hoffenheim. Und man muss auch mal wieder gesondert über Seru Gerasi sprechen. Da hat er jetzt sein 14. Saisortor geschossen, bevor er aufsetzt raus musste. 14 in 8 spielen. Das konnte bisher einer übertreffen. Generell in den Top 5 liegen. Cristiano Ronaldo. Cristiano fucking Ronaldo bei Real Madrid hat 2014, 2015, hat er noch ein Tor mehr gemacht in den 8 Spielen. Da siehst du mal, auf welchen Leveln wir gerade unterwegs sind. Leider bei ihm auch wieder das leidige Thema von der Ausschicksklausel muss angesprochen werden. Im Sommer kristallisiert sich immer mehr raus. Also vergangener Sommer, das ist da, hieß er immer so 15 bis 20. Immer mehr wird klar, dass es da eher die 15 waren. Im Sommer sind es ja 20 Millionen, wurde berichtet. Und jetzt auch, das ist die neue Info, im Winter eine, in der Mitte von beiden, bei 17,5 Millionen, wurde berichtet. So von Sky, Fabrizio Romano, die Stars, die üblichen Verdächtigen, bei so Transfer-Insider-Geschichten. Die berichten aber auch, auch das ist der Vollständigkeit halber. Und ich bleibe da auch bei meiner Meinung sowieso. Da habe ich auch schon seit Wochen immer so gesagt, dass ich nicht glaube, dass er im Winter schon geht, dass er eben auch nicht vorhat. Stand jetzt, so ein großer Floskel im Fußball, Stand jetzt, oder aktuell oder wie auch immer, momentan, hat er nicht vor, den VfB im Winter zu verlassen. Und da auch schon ein Interessent da, wird es sowieso noch vier andere Gerüchte geben, vor allem wenn wir in Richtung interessante Phase von dem Transferfenster oder in Richtung Transferfenster kommen im Winter. Aber AC Meiland ist auch schon ein Name, den ich mal gesehen habe in den Gerüchten. Und das bringt mich bei ihm tatsächlich ein bisschen gedanklich in Zwiespalt in Sachen dieser Ausstiegsklauseln eben. Weil klar, das ist halt, damit ist zumindest die Karte weg, von wegen, ey, im Sommerkost ist nur 20 Millionen Klausel drin. Im Winter haben wir keine, dann können wir ein teurer verkaufen. Das heißt, geben wir lieber im Winter ab. Die ist damit auch weg, weil die im Winter ist ja noch niedriger als die im Sommer. Zumindest ist die Karte aus VfB-Fernseller-Sicht für uns Fans, sage ich mal, positiv weg, dass die sagen könnten, ey, wir müssen oder wir brauchen das Geld, wir wollen es mehr einnehmen. Und da haben wir keinen, deswegen kriegen wir da mehr Geld. Wir haben gerade 14 Millionen Mark wert. Die ist damit auch weg, weil die im Sommer nie behalten. Im Winter kriegst du im Sommer zweieinhalb Millionen mehr, wenn er eben nach der Klausel geht, wonach es ja vielleicht sogar echt aussieht. So wie auch berichtet wird, ist es eher unwahrscheinlicher geworden, dass wir dem da in irgendeiner Form die Klausel rauskaufen können, die Klausel erhöhen können, wie auch immer. Aber auch da ist ja noch lange genug Zeit, bis Winter, bis Sommer. Aber das wurde auch gerade so mitberichtet. Zwiespalt ist eben dann für mich gedanklich klar. Du konntest ihn wahrscheinlich nur deswegen halten mit diesen ganzen Zugeständnissen. Ich meine, der hat auch einen Vertrag unterschrieben, bevor Relegation, also die Möglichkeit war da, in die Zwei-Liga zu gehen. Ich glaube, Vertrag war ja auch sogar für die Zwei-Liga gültig. Ich meine, klar, dann wäre er abgekauft worden für die 15 Millionen. Hätte auch nicht abgelehnt, wie im Sommer, wenn er abgestiegen wäre. Das ist ja auch ganz klar. Aber klar ist irgendwo, ja, vielleicht kannst ihn nur halten, ihn nur für die 9 Millionen verpflichten, wenn du ihm solche Zugeständnisse gibst, wenn du ihm solche Ausstiegsklauseln gibst. Auch kein Mensch kann damit rechnen, dass der jetzt 14 Hütten macht, dass er sein Marktwert von 14 auf 40 Millionen steigert. Aber, das ist so die Kehrseite, der letzte Saison schon 11 Tore waren es, glaube ich, in 2022 gemacht. Da kann es für mich immer mental auch noch zwei Spiele wegrechnen, weil er da nach 20 Minuten raus war gegen Bremen, glaube ich, und irgendwie eingemessert wurde, 20 Minuten bei Union, also auch keine vollen Spiele, also quasi auch jedes zweite Spiel getroffen hat, oder besser noch als jedes zweite Spiel getroffen hat. Das war auch schon ein bockstarker Schnitt, das würde ich damit sagen. Und wir haben 9 Millionen Ablösungen gezahlt für ihn. Ich finde dann, selbst mit dem Stand vom Sommer, ohne diesen krassen Saisonstart, ohne den Wertsteigerungen von 14 auf 40, ohne die 14 Tore, selbst dann starke Saison gespielt, ein Schnitt von über einem Tor alle zwei Spiele, so ist, glaube ich, richtig, und 9 Millionen selber gezahlt an Ablöse und halt eben sein erster Vertrag, also auch lange Vertragslaufzeit und so weiter bei uns, dann eben sein richtiger Vertrag nach der Leihe. Selbst dann sind 15, 17,5, 20 Millionen, diese gestaffelten Dinger da mit Sommer, Winter, Sommer, selbst dann in dem Kontext ist das keine Summe mehr heutzutage. So, es ist keine Welt mehr. Auch nach den 9 Millionen, die haben wir das im Sommer mitbekommen, den hätten genug abgekauft für 15 wahrscheinlich im Sommer oder vielleicht auch für 17,5 im Sommer, hätten genug Leute den abgekauft. Selbst dann ist das nicht die höchste Summe der Welt. Dazu ist er jetzt Topverdiener, der Mann lebt komplett komfortabel. Topverdiener, ballert die Liga hoch und runter, Nationalmannschaft, alles, ist der absolute König und hat dazu noch in jedem Winter, in jedem Fenster für sich die Möglichkeit, dass er weiß, yo, ich habe hier Klauseln drinstehen, wenn irgendein geiler Club kommt, auf den ich Bock habe, bin ich hier recht easy weg, weil die Summen kann irgendwer bezahlen und Ausstiegsklauseln musst du mit dem Verein nicht verhandeln, das heißt, dann bist du sowieso weg. Ich will jetzt hier gar keine Gerasiekritik anfangen oder sowas, das ist alles komplett verdient, alles komplett verdient, alles zu Recht, was er da jetzt hat, so wie er abliefert sowieso. Ich finde es nur echt dann vielleicht ein bisschen schwierig und vielleicht ein bisschen too much, ein bisschen zu viel Ausstiegsklauseln, ein bisschen zu viel Auswegung, ein bisschen zu viel Zugeständnisse vielleicht, selbst mit der Situation im Sommer nicht zu wissen, erst zweite Liga und 9 Millionen zahlen wir für den, aber selbst dann, wie gesagt, 15, 17, halb, 20 sind auch da keine Welt gewesen, finde ich schon ein bisschen arg happig, was man da alles zugestehen musste, vielleicht hat auch der Berater da irgendwie mitgeholfen, weiß man ja auch nicht, weil es ist ja auch die Geschichte, die wir so ein bisschen mitbekommen haben, dass es der Berater von Mwani auch ist, der jetzt seinen Schabernack getrieben hat, mit Frankfurt und PSG, also wie gesagt, gar keine Kritik an Guirassi, der ballert uns hier durch, alles in Ordnung, ich verstehe auch, dass man das vielleicht zugestehen musste zu dem Zeitraum, nur vielleicht in der Menge finde ich es echt too much, wie viel man da zugestanden hat, im Sinne von jedes fucking Transferfenster, eine Ausstiegslausel drin, so, wenn ihr das vielleicht verstehen könnt, gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare rein, Diagnose, kleine Muskelverletzungen im linken hinteren Oberschenkel, wie es so berichtet wird, findet er damit gegen Hoffenheim im Pokal gegen Union und auch gegen Heidenheim recht sicher und dann eben vielleicht Dortmund, das ist das letzte Spiel vor einer Länderspielpause, das heißt auch da, wenn du eben das schon hast, vielleicht gegen Dortmund wieder, danach ist es nochmal aber eine Woche, zwei Wochen Pause, Länderspielpause, kann ich mir schon vorstellen und wäre mir auch wichtiger, als dass er gegen Dortmund vier Minuten spielt, dass er wirklich komplett wieder fit ist, kann ich mir schon vorstellen, das vielleicht auch so läuft, dass er sagen, ja, wir nehmen das komplett mit und nach einer Länderspielpause ist er wieder voll dabei, vielleicht kann es aber auch sein, dass er gegen Dortmund nochmal kurz eine Einwechslung bekommt, aber ich glaube nicht, dass er nochmal über 90 Minuten auf dem Platz steht vor der Länderspielpause, das glaube ich nicht unbedingt und auch da muss man sagen, vorhin angesprochen, und darf das Team als Gefüge funktioniert, da habe ich null Angst vor, also ich sehe keinen Abfall, ich sehe kein Nichts, klar wird das ein bisschen was verändern, auch taktisch ein bisschen was verändern, auch im Output, weil auch ein Undarf, gut, da habe ich jetzt natürlich genau den falschen rausgepickt, der trifft ja auch genauso gut wie Gerasi, aber wir haben nicht so viele wie ein Gerasi, der wirklich mit jedem Schuss einen Treffer macht, doof gesagt, das heißt ein bisschen, wo es da vielleicht merkt, vielleicht braucht man die eine oder andere Chance mehr als mit einem Gerasi, aber wirklich absolut null Angst vor irgendeiner Form von Einbruch, so sind es zwei Ligaspiele, vielleicht zweieinhalb Ligaspiele plus Pokal, das ist komplett auszuhalten für uns, durchzuziehen für uns, wird kein großer Abfall kommen, glaube ich, und auch da generell, wie vorhin schon gesagt, lieber Vorsicht, dass er wieder komplett fit wird, als irgendwas zu überstürzen. Dann möchte ich auch mal kurz die Ticketverkäufe ansprechen, die gab es ja auch wieder, vor allem auswärts da auch immer interessant, da ist halt generell auch auswärts oder zu Hause eigentlich egal, komplett abartig, was da abgeht, wir haben diese 70.000 gegen Dortmund, sowas erlebt in der Warteschlange, Heidenheim auswärts war Nummer 1 versucht, und auch gescheitert so, wenn der Auswärtsdruck ist auch recht klein, also da waren auch nicht viele Tickets übrig dann, die beim VfB in Verkauf gingen, aber auch da, da waren halt trotzdem 30.000 Nummern in der Warteschlange, ich sage nicht Personen, sondern Nummern, weil du kannst auch als eigene Person mehrere Warteschlangen aufmachen so, aber das sind halt sowieso viel, 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 viel mehr als insgesamt in dieses Heidenheim-Stadion reinpassen, also komplett krank, bis zu Nummer 150 grob, glaube ich, in der Warteschlange kam es nur noch an Karten, ich hatte 400, mir auch leer ausgegangen so, auch bei Frankfurt, da auch fast 30.000 Nummern in der Warteschlange drin, klar, da ist der Block größer, da war ich auch erfolgreich, also es geht ab nach Frankfurt, habe ich sehr, sehr Bock drauf, Samstagabendspiel, das können schon sehr, sehr gut ballern, aber auch da, nach 20 Minuten grob, vielleicht ein bisschen weniger, war das Ding auch ausverkauft so, ich habe auch wieder, eine war schnell von meinen, von meinen vielen Warteschlangen, Nummer 200 hatte ich, und als ich reinkam, als Nummer 200, war es so, also vom Augenblick her, wenn man mich so drauf schaue, so blickmäßig, von der Wertung her, waren schon so 70, 75 Prozent der Tickets auch dann schon weg, also es ist unglaublich, da auch interessant für die Karten bekommen, haben wir uns auch gesehen, irgendwie ganz wild, dass du da Papiertickets bekommst, du musst es 5 Euro Versand zahlen, kriegst ein Papierticket zugeschickt von Frankfurt, das ist irgendwie auch untypisch geworden heutzutage, und auch hier nochmal, quasi so ein bisschen Servicehinweis für Tickets, wer da Bock drauf hat, die gibt es noch gar nicht, für den VfB-Auswärtsblock, da kommt der Verkauf erst noch, ist noch ewig hin das Spiel, aber gerade Gladbach, Außwärtsspiel bei Gladbach, ist irgendwann Mitte Januar glaube ich, gibt es gerade freien Verkauf bei Gladbach, und da kann man sich einige Karten kaufen, noch halt direkt am Auswärtsblock dran, eben für die VfB-Stimmung, wer da Bock drauf hat, da gibt es gerade die Möglichkeit, weil garantiert, dass du an irgendwelche Auswärtskarten im offiziellen Auswärtsblock kommst, ist ja gerade überhaupt nichts, ganz klar, und auch da, sagen wir mal, bei gedanklichem Zwiespalt Nummer 1, Nummer 2, nach Gerasi Nummer 1, wenn wir in der Ausstiegslausel sind, einerseits ist hier der Anschluss natürlich brutal geil, immer ausverkauft, Hype ist da, Stuttgart ist da, so die Fans sind da, die Region ist da, wie auch immer, das ist schön so, aber es zeigt eben auch so ein bisschen, selbst bei uns, in Anführungszeichen, das Thema Erfolgsfans, sag ich mal, so ich komme nicht drum rum, um dieses Motto von quasi, wenn ich in schlechten Zeiten supporte, hat es auch nicht verdient, quasi in den guten Phasen zu supporten, so diesen Spruch gibt es ja auch ganz bekannt, auf Englisch so, if you can't handle me at my worst, then you don't deserve me at my best, so, klar, jeder hat das Recht, sich Tickets zu holen, wer an Tickets kommt, hat das Ticket bekommen, fertig aus, alles in Ordnung, aber vielleicht versteht ihr das, vielleicht fühlen es manche mit, vielleicht manche auch nicht, wie gesagt, auch hier gerne in Kommentare schreiben, so nach dem Motto, wo warst du beim 6-1 in Augsburg, wo warst du beim 0-1 gegen Wolfsburg letztes Jahr, 0-1 gegen Bremen, so ganz brotlose Auftritte, bei Pleiten in Berlin, lassen wir es nur bei den Heimspielen so, aber jetzt halt dann einer sein, von den 70.000 Nummern, der halt Bock hat, den Tabellenzweiten gegen Dortmund anzugucken, so, wenn ihr versteht, was ich meine, es hat so einen leichten, bitteren Beigeschmack, und auch irgendwie schade, wenn man dann halt weiß, weil es läuft ja automatisch dann auch so, dass Leute, die eben auch seit Jahren dabei sind, seit Jahren die Scheiße gefressen haben, dann eben leer ausgehen, weil auf einmal noch mehr Leute kommen, die halt vielleicht doch halt, irgendwie, halt ja mal ein Stadion gehen, was wie gesagt, ist in Ordnung so, kann jeder machen, wie er will, aber ich finde es nochmal ein anderes Gefühl, der auch des Verdienens, doof gesagt, davon, daran teilzuhaben, übertrieben gesagt, wenn man eben die volle Ladung Scheiße abbekommen hat, so, die letzten Jahre komplett mitgenommen hat, so, und da geht es natürlich auch generell um das Thema VfB-Fan sein, und VfB-Fan, sich als VfB-Fan repräsentieren, wie auch immer, und nicht nur um den Kauf von Tickets. Dann kurz zwei, drei schnelle VfB-News noch mit reingeschoben, Nummer eins ist Porsche, das hat sich ja sehr lange gezogen, jetzt hat die Bild-Verkursung geschrieben, die Verträge sind unterschrieben, natürlich immer noch irgendwelche rechtlichen Geschichten, glaube ich, die noch fehlen, aber da kommen auch bald dann die ersten 20 Millionen, die erste Tranche, heißt es, glaube ich, kommt dann zu uns an. Gab von Sky auch ein kurzes Update zum Thema Sportvorstand, den wir jetzt ja suchen, verrückterweise hat man da ehrlicher, tatsächlich standen wir bei Freddy Bobic angefragt, das wird zum Glück nichts, ich glaube, der hat auch andere Karrierepläne, wie auch immer, aber egal, wodurch, schön, das ist das Einzige, was wir rausnehmen, schön, dass es nicht funktioniert, bei Freddy Bobic so, dieser Joti vom DFB, der öfter auf der Liste oder genannt wurde und auch Held, sind unwahrscheinlich, zu Joti kann ich überhaupt nichts sagen, Held ist auch so ein Naja-Ding, deswegen auch wahrscheinlich da gut, sage ich mal, böse gesagt, dass da unwahrscheinlich ist, dass irgendwas passiert, gerade läuft die Erstellung von der Kandidatenliste, ich meine, da auch lieber sich länger Zeit lassen und gescheite Leute raussuchen, als da irgendwas zu überstürzen, Wohlgemuth ist natürlich auch eine Option quasi für einen Upgrade, oder ein, ja, doch Upgrade kann man glaube ich sagen, von seiner Position beim VfB und zuletzt noch Haraguchi, hat es ja sowieso nicht so richtig beim VfB aktuell, aber wurde auch berichtet, dass er eben keine Zukunft haben soll beim VfB, Winterabgang ist da auch schon in Überlegung oder eine Möglichkeit, dass er im Winter schon wechselt, erstes Gerücht gibt es da auch schon aus dem Heimatland Japan, nämlich Wissell-Kobe. Am Samstag geht es dann weiter gegen Hoffenheim, Daten und Prognose hier ein bisschen, Duell der Ex-Trainer, ne, und Spieler auch, Hoeneß, Matarazzo haben wir da, Stiller und Kabak als Spieler, die schon bei Hoffenheim und beim VfB waren jeweils, die haben vorne drin auch, also Hoffenheim hat vorne drin auch ein Shootingstar, Bayer aus der Jugend, Stürmer, schon sechs Tore gemacht, eine Vorlage in acht, ist auch sehr, sehr ordentlich, der hat jetzt seinen Vertrag verlängert, er ist natürlich auch noch sehr, sehr jung, aber trotzdem finde ich da nett, in unserem VfB-Kontext, in unserem Ausstiegsklausel-Kontext, dass bei ihm berichtet wird, dass er eine Ausstiegsklausel hat, jenseits der 30 Millionen, und davor war es zwischen 15 und 27 Millionen scheinbar, jetzt haben sie es eben durch den neuen Vertrag hochgestaffeln, auch die 30 Millionen können noch höher werden scheinbar, je nach Club und je nachdem, weil er halt anklopft, aber jenseits der 30 Millionen, so ein bisschen, auch da Levels, zwischen den Ausstiegsklauseln und der Kollege ist, da hat die Hoffenheim verteilt bei ihrem Bayer, und wir bei Gerasi, beide haben Topkeeper, Baumann ist Nummer 4, Nübel Nummer 6, in den gehaltenen Torschuss in der Bundesliga, wir auf Platz 4, der gewonnenen Zweikämpfe im Bundesliga-Vergleich, Hoffenheim dann nur auf 17, also da vielleicht ein ungleiches Duell, Hoffenheim dafür, Laufdistanz, Vorteil, Zweiter in der Liga, wir da auf Platz 12 als VfB, Hoffenheim ist nach den Karten scheinbar echt ruppig, Platz 2 in der Liga, wir auf Platz 18, die wenigsten Karten kassiert bisher, auch bei der TSG, ist ein rekordhafter Start am Start, drittbester in seiner Bundesliga-Saison von Hoffenheim bisher, und das eben auch, das ist ja auch eine Überraschung, über die nicht so viele reden vielleicht, oder nicht so auffällig ist, weil Hoffenheim halt nicht so die Strahlkraft hat, wie in VfB jetzt zum Beispiel, aber auch die erst vom letzten Spiel da gerettet, ich glaube Union war das das Heimspiel, danach kam sie zu uns und waren schon gerettet, das heißt auch da, wirklich von Klassenerhalt zu auf einmal, ja, wir brauchen für unseren Rekord übrigens, wo wir gerade dabei sind, Saison-Saison-Rekord, brauchen wir einen Punkt, weil das Beste nach den, dann neunter Spieltag, ja, nach den neuen Spielen, sind 22 Punkte, aktuell mal 21, das ist mindestens ein Punkt gegen Hoffenheim, wir würden den Rekord auch weiter ausbauen, und spannend im Spiel ist auch tatsächlich, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben alle Heimspieler gewonnen, und Hoffenheim, vor allem das ist ja eben nicht auf dem Schirm, hat alle Auswärtsspieler gewonnen bisher, in der Saison, das heißt, riecht fast, wenn man das so ein bisschen sich egalisieren lässt, riecht das fast am Unentschieden, aber Heimrekord ist sehr gut gegen Hoffenheim, 13 Spiele, 7 Siege, 4 Unentschieden, nur 2 Niederlagen gegen Hoffenheim, in Heimspielen, gegen die TSG, die jetzt eben auch erst rausgekommen, aus einer Pleite gegen Frankfurt, aber eben in einem Heimspiel, also das ist jetzt wieder, wieder Auswärtsspiel für Hoffenheim, liegt ihnen vielleicht sogar besser, Hoeneß, muss man auch sagen, hat echt, echt in hohen Tönen gesprochen von Hoffenheim, auf der PK, wir werden eine richtig, richtig gute Performance brauchen, um als Sieger, oder mit einem Punkt vom Platz zu gehen, finde ich schon interessant, die Aussage, das sieht es wohl damit, dieses Thema von mit einem Punkt vom Platz zu gehen, so, wir müssen richtig gut sein, um hier nicht zu verlieren, sieht es wohl echt wahrscheinlich mit so als schwerste Aufgabe bisher, weil so in dem, in der drastischen Aussage, aber es ist ein bisschen noch nicht gehört, auch gegen Wolfsburg und sowas nicht, Kader, gab es natürlich auch ein bisschen was, außer PK, war nochmal noch nicht, noch nicht ready, Zagadou hatte nur Teiltraining, aber da war er positiv, der Hoeneß, naheliegende Lösung für Gerasi-Ersatz, natürlich unabflogischerweise, damit ist auch zu rechnen, glaube ich, aber auch er sprach davon, dass wir auch mehrere mögliche Konstellationen haben, letztes Mal, als er davon sprach, dass jemand ausfallen könnte, aber er positiv ist, weil er für Ito gegen Union, und er saß nur auf der Bank, deswegen ist er auch bei mir, hier dann Zagadou, nur auf der Bank, Aufstellung für mich, also Nübel, davor Rohrechts, Anton Ito, Mittelstädt links, Karasur Stiller, Führig, und dann trotz auch einer guten PK-Aussage zu Jong von Hoeneß, spielt er für mich trotzdem dann Mio, Jong könnte auch rechts spielen, aber da stelle ich Nummer 1 auch kein Leveling mehr aufgeratet, so leid es mir tut, aber ich habe genug gesehen aktuell, und ja, es ist halt ein bisschen die Frage, ob mir denn Silas von der Bank so gut gefällt, dass ich ihn nicht in der Startelf haben will, wenn ihr versteht, was ich meine, aber ich bringe ihn auch Belohnung für das geile 2 zu 0, und dann natürlich vorne drin noch Undaf, wird ein sauschweres Spiel gegen Hoffenheim, letzte Saison gab es einen 1 zu 1, der letzten Spieltag, wo wir uns auch schon da hätten retten können, eben nicht geschafft, Starker Stadt unter Rino, so, die haben auch ihre Shootingstars dabei, so ein bisschen, ich sag mal, VfB-Leid, doof gesagt, jetzt nicht, weil wir krasser sind, oder höher zu hängen sind, als die oder sowas, im fußballerischen, wie auch immer, oder vom Kader her, oder wie auch immer, einfach im Sinne von Punkte, weil wir haben beide, aus einem Abstiegssorgenjahr, ab in eine europäische Sphäre, tabellarisch, aber wir haben auch ein bisschen mehr Punkte gesammelt als Hoffenheim, deswegen quasi TSG so ein bisschen Hoffenheim, Leid aktuell, und ich bin da auch bei Hoeneß, dass man vielleicht auch da mal nur einen Punkt holen könnte, rein nach den Statistiken, rein nach dem, was Hoffenheim bietet, rein nach aller Auswärtsspieler gewonnen, und so weiter und so fort, aber, das ist gegen Hoffenheim, Heimspiel gegen Hoffenheim, und da ist irgendwie auch ein anderer Ansporn da, jetzt gar nicht, weil es ein Derby ist, vergiss es, ist es nicht, aber einfach Hoffenheim ist kein beliebter Klub, mögen wir auch nicht, ist ein Heimspiel, da wird wieder die Stimmung komplett durch die Decke gehen, so, ich habe letzten Wochen oft gesagt, oder nach dem Wolfsburg-Spiel, und vor dem Unionsspiel gesagt, ich unterschätze hier nie wieder diesen VfB, deswegen gehe ich auch hier, voll Dampf auf Sieg, 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Und dann auch ganz kurz und knackig die Tipps von mir, zum neunten Spieltag, auch so wie immer, dann auch getippt in der Kick-Tipp-Runde von uns hier, Bochum gegen Mainz, sage ich 1 zu 1, Bayern gegen Darmstadt 4 zu 1, da bei so Tipps verkacke ich es oft, weil dann doch der Gegner kein Tor schießt, aber irgendwie habe ich es im Gespür, dass Darmstadt trifft, wobei mein Gespür auch nichts aussagt, ich bin echt nicht gut, ist das so in der Tipprunde. Gladbach 2 zu 1 Sieg, die wirken jetzt irgendwie hin gegen Heidenheim, Bremen-Union 1 zu 1, was beiden nicht so richtig hilft, aber vor allem Union halt auch nicht weiter, Wolfsburg gewinnt knapp in Augsburg 2 zu 1, trotz diesem wilden Start von Augsburg, da mit dem neuen Trainer in Heidenheim, wir 3 zu 1, ich hoffe, Leipzig 2 zu 1 gegen Köln, da könnte auch schon eine kleine Reaktion vielleicht kommen, eine kleine Sensation in Anführungszeichen kommen, dass vielleicht Köln wie auch Bochum schon einen Punkt holt in Leipzig, aber ich sehe es nicht ganz eben nach diesem Derby-Sieg nun. Frankfurt 2 zu 3 gegen Dortmund, war ich kurz davor auf Unschienen zu tippen, aber dann sage ich doch, komm, Dortmund packt das. Knapp, aber spektakuläres Spiel, eigentlich das ist ein geileres Samstagabendspiel, als ich glaube Leipzig, Köln es dann sein müsste. Sonntagmittag erst Frankfurt gegen Dortmund, Sonntagnachmittag und zum Schluss noch Leverkusen gegen Freiburg, 3 zu 1 Heimsieg und dann sind wir durch. Danke fürs Zuschauen. Wie immer gerne alles, Kommentare und so weiter hier runter, alle Meinungen und so weiter zu Union, zum VfB, zu Girassi, zu Fans, zu Ticketverkäufen, zu allem, was ich angesprochen habe, gerne ab in die Kommentare damit. Ich freue mich sehr auf das Spiel am Samstag, ich habe extrem Bock drauf und vielleicht könnt ihr euch auch auf den Stadion-Vlog freuen, natürlich mal wieder nicht von mir natürlicherweise, aber ich habe Family, die nicht in der Kanjalkurve sitzt, also vielleicht gibt es ein bisschen Videomaterial am Samstag von dem Hoffenheim-Spiel, wie immer gerne kostenloses Abo und kostenlosen Like da lassen, ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.